Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Part von meiner Weltenvorstellung vom Drake-Server. So, das ist die erste Welt, also eigentlich die zweite Welt, aber die erste von meiner Vorstellung. Und das ist die PvP-Welt mit Länder und Reiche. Also, ja, hier sind zum Beispiel jetzt momentan noch vier Reiche, die gegeneinander kämpfen oder verbündet sind. Und, ja, hier in dieser Welt könnt ihr mal ein paar Sachen hier lesen. Und dann werden in jeder Richtung ein Stadtseis sein und dort werden sehr viele Sachen noch beschrieben. Und da könnt ihr auch eure ersten Sachen kaufen, aber zutritt habt ihr erst, wenn ihr euch für ein Reich entschieden habt und dem angeschlossen habt. Zum Beispiel wird das Rote Reich gegen das Grüne und das Blaue kämpfen und mit dem Gelben verbündet sein. Und das Gelbe Reich wird mit dem Roten verbündet sein und mit dem Grünen und Blauen Reich verfeindet sein. Das Blaue wird mit diesen zwei Reichen Krieg haben und mit diesem verbündet sein und das Grüne Reich mit dem Blauen Reich verbündet sein und mit diesen zwei Kriegen haben. Also, Zweige in zwei und, ja, es wird so sein, dass diese Welt nicht zum Bauen da ist, sondern eigentlich nur zum PvP machen in Gruppen, also RVR. Und, ja, jedes Volk hat so seine Vorteile. Zum Beispiel hat das Grüne Volk weniger gute Gebäude und so, also eher als Holz. Dafür sind sie sehr guten Wolken schiessen und sind schnell. Wogegen das Gelbe Reich eher Steingebäude hat, sehr zähe Gebäude. Dafür sind sie jetzt nicht unbedingt so gut gepanzert. Und, ja, es wird so ein Ding, dass jetzt niemand direkt verzauberte Diamantrüstungen tragen darf. Sondern am Anfang einfach zum Beispiel im Gelben Reich Eisen hat, im Grünen Reich Leder. Und, ja, dass es ein bisschen ausgeglichen ist, dass die Vorteile ein bisschen besser rauskommen. Und, ja, man muss sich dann so hoch arbeiten zu einem Elite-Krieger oder zu einem Warlord. Und, ja, wahrscheinlich werden hier die Monster ausgeschaltet. Und, ähm, Items von anderen werden nicht mehr handelbar sein, aber das kommt alles. Und, ja, ähm, wenn ihr Lust drauf habt, meldet euch, ähm, am besten ihr nehmt hier dann auch auf. Aber müsst nicht. Und, ja, vor allem ist es an erster Stelle, dass wir Spass haben, dass es fair bleibt und, ja, das eine Reich jetzt nicht unbedingt immer gut bleibt. Also, ich werde dann schauen, ob wir nicht, ähm, ja, irgendwas machen können. Zum Beispiel ein Reich sperren für Neuermeldungen, damit die anderen Völker dann den Bonus, ja, genießen können, damit auch Leute dann dort kommen. Aber ich werde niemand sehr unterbevorteilen oder überbevorteilen. Jo, ich hoffe, diese Map gefällt euch und wir sehen uns dann bei der nächsten Map. Tschüss und Dankeschön fürs Zuschauen.